Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt, diesmal Action Squad. Ein Bild sieht so ein bisschen aus wie ein Spiel, was ich vor einer Weile schon mal mit euch angezockt hatte, wo man entweder Protestler oder Polizist ist und dann halt so sein Ding durchzieht. Jetzt ist es wieder leise, Option, wir machen auf jeden Fall die Musiklautstärke, die Musiklautstärke runter, machen wir noch weiter runter, so habe ich ein bisschen grünen Ausschlag, so ist Grafikoptionen, lassen wir alle dran, Controller, so, Online-Koop, oh, das hat einen Online-Koop, wir wollen aber nochmal spielen, Atom der Unendlichkeit, Chaos, noch Zufall, Klasse, 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 Ninja-Modus, Standard-Blühstile, Zombie-Modus. Unendlichkeitstum, nee, wir machen jetzt einfach mal das und dann wollen wir das wahrscheinlich auch noch machen. Okay, fangen wir da an. Okay, fangen wir da an. Oh, ich habe einen Zivilisten getötet. Glaube ich. Wir sehen uns in der Hölle, Amigo. Wir sehen uns in der Hölle, Amigo. Hau, haa! See you in hell, Amigo! Mission failed! We thought I needed to getrothen. Oh, ich habe einen Zivilisten getötet. Lock and load! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh! 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 Ja, danke. Ich bin ein Nocturnier. Ich habe den Weihnachtsbaum geschmückt, überall Blut, aber immer okay. Scheiße, ich bin tot, aber die Geisel. Wollt ihr mich verarschen? Ich weiß ja nicht, aber diese Bildungspiele manchmal... Es ist ja nicht mal eine Grafikbombe oder so, wie ich immer so schön sage, aber manchmal ich habe vergessen nachzuladen. Die Musik, ey, ist doch so 80er, ey. Ja! Okay. Okay. Oh, no! Oh, thank you! Yes! Yes, yes! Mission accomplished! Touchdown? Yes. Okay. 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 Assault ready. Lock and load. Lock and load. Lock and load. Lock and load. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR MDR 2021 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR 2022 Was? schwierigkeitsgrad lol machen wir mal mit dem jetzt weiter wenn granaten scharfschützenunterstützung scharfschützenunterstützung dann könnte ich die ja auch eigentlich scharfschützen drauf dass also RELOADING Warte mal, ich nehme mal jetzt hier das mit rein Ok, dann kommen wir lang Boah, würdet ihr mich überraschen? Mission failed Assault ready Lock and load RELOADING 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 Fuck, ich habe vergessen MISSION FAIL Ach ey, das sah jetzt so gut aus Assault ready Nochmal, immer machen wir noch Lock and load RELOADING 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 Ich habe mal Angst, dass ich die Geiseln treffe RELOADING Aber das ist mir zu viel Da sind mir zu viele Hier außen lang RELOADING 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 Oh, den muss ich hier vorne gleich wegwollern. Ohne Heilung, ohne was. Geile Sache. Ah, eine machen wir noch. Oh, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Aber die Skills könnte man vielleicht doch noch. Ohne Nahkampf-Verteidigung würde ich haben. Ja, definitiv. Lock and Load. Okay. 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 Wir sind mal. Flashing! Reloading! Thank you! Scheiße! Mission failed! Assault ready! Mission failed! Mission failed! Mission failed! Mission failed! Mission failed! Was? Was hat sie gemacht? Mission failed! Ich nehme gerade auch einen Fass! Ich habe gesagt, wir gehen jetzt wieder zu Papa. Aber machen wir noch mal schneller. Dann fangst du zu weinen. Dann habe ich den Lautschwein gemacht. Dann fangst du noch hier geweint. Dann habe ich mit dem Finger gezeigt, was du zu gewollt hast. Möchtest du zu Papi? Ja! So. Dann kommen wir mit dem Weg hier fertig. Und trinken, ja? Trinken! Jetzt warten wir bis die hier alle kommen. Ja! Alle weg! Das ist es gut. Ja! Ja! Nein! Danke! Oh Scheiße, da ist einer. Mist. Mission fail. So, dann machen wir aber hier jetzt mal beenden. Wir haben eine Spill-Mission gemacht, das ist nicht so einfach wie es aussieht. Obwohl es so Billo-Grafik ist, so 8-Bit-Grafik oder so, es macht Spaß. Und ich denke mal, im Koop... Und ich denke mal, im Koop würde es noch geiler sein. Jetzt sind wir bei der Mission, die wir schon gemacht haben. Es bleibt halt wohl bestehen. Aber irgendwie sind Zombies jetzt wohl. Oh, da kommt ein Zombie. Okay. Ah, das ist ein Zombie-Band-Grafik. Okay. 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 Oh Scheiße. Mission fail. Ich bin auf dem Zombie-Band-Grafik. Und dann warten wir. Lock and load. Flashbait. . Verbi. Wir sind hoch. Wir sind hoch. Scheiße. Ich hab nicht genug Drittnis. Oh, das ist jetzt ganz schlecht. Danke. Ach so, das stirbt mich ja. Ich hab das noch nicht gehört. Ich hab das noch nicht gehört, oder? Ja, das ist doch nicht. Ja! 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 Das war's für heute. Ich kriege es nicht hin, dass ich da runterkomme, ohne getötet zu werden. Das soll jetzt auch gewesen sein. Verlassen. Es ist eine kleine Billo-Spieler, aber es macht Spaß. Und vor allem im Koop. Denke ich mal wird es noch cooler. Wir haben noch Turm der Unendlichkeit. Was haben wir da? Das machen wir auch noch schnell mal. Oder? Ja, drauf, komm. Boah. Oh, ich bin tot. Oh, da sind wir in der Erde. Da sind wir in der Erde. Also gehen wir hier praktisch Stockwerk für Stockwerk hoch, damit es aussieht. Aber das ist auch echt. Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt, wenn du zu zweit spielst. Ob du da mehr Chancen hast, ob du bessere Chancen hast, weil es jetzt hier drin ist. Aber ich würde mal sagen, das soll es jetzt dazu auch gewesen sein. Ist ja nur ein Klinikspiel. Wir wollten es ja nur anzocken. Aber die Billo-Spiele, ich weiß nicht. Manchmal ziehen die eben so in den Bann und dann bist du ewig dabei. Ja. Ist so ein bisschen wie das, wo du Demonstrant gegen Polizist oder Polizist gegen Demonstranten spielst. Was ich vor einer Weile schon mal angezockt hatte. Keine Ahnung. Grafik ist jetzt nicht so. Aber es macht Spaß. Es macht richtig, richtig Spaß. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen dazu habt, in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.